Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Leichter Friese. Der Leichte Friese ist ein lecker, leichter und fruchtiger Teepunsch für den Nachmittag. Man macht ihn am besten mit einer friesischen Teemischung. Dann kommt man dem Original am nächsten. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier Teelöffel schwarzer Tee Eine ostfriesische Teemischung ist am besten. Halbe Liter Wasser, 75 Gramm weißer Kandiszucker, 75 Milliliter roter Johannisbeer-Nektar, 75 Milliliter halbtrockener Rotwein, zwei Stangen Zimt, Sternfrucht. Folgende Utensilien werden benötigt. Kanne, Teefilter, Topf, vier hitzebeständige Gläser. Zubereitung Den Tee mit einem halben Liter kochendem Wasser in einer Kanne aufsetzen und drei Minuten ziehen lassen. Den Teefilter entfernen. Den Tee in einen Topf geben. Den Kandis, den Johannisbeer-Nektar und den Wein dazugeben und verrühren. Die Zimtstangen dazugeben, wie man mag. Die Sternfrucht waschen, trocknen und in Scheiben scheiden. Die Zimtstangen entfernen und den Punsch heiß in hitzebeständige Gläser füllen. Die Gläser mit Sternfruchtscheiben garnieren. Als Beilagen eignen sich. Das passt gut zum friesischen Abendbrot. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!